Mein Name ist Leonard Deuter, ich bin 23 Jahre alt und bin dualer Student im Studiengang Informatik mit dem Schwerpunkt Industrielle Automatisierung. Vor dem Studium habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht. Danach habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und dann ein Elektrotechnikstudium angefangen. Da habe ich aber schnell gemerkt, dass mir der Bezug zur Praxis und das Arbeiten sehr fehlen, weshalb ich mich dann für ein duales Studium entschieden habe. Als dualer Student in der Informatik wechsle ich alle drei Monate zwischen einem Semester an der Hochschule und einer Praxisphase hier bei Voigt. Aktuell bin ich im Praxiseinsatz in der Industrial-IoT-Abteilung. Hier wird an sehr zukunftsorientierten Themen gearbeitet wie Industrie 4.0, Internet of Things und alles was das Thema Cloud betrifft. Ein Informatikstudium ist auch ohne eine Ausbildung oder ähnliches davon machbar. Allerdings sollte man auf jeden Fall ein gewisses Grundinteresse und Grundverständnis mitbringen, was die Informatik angeht. Ich finde die Informatik in der Industrie ist sehr spannend, denn durch den ständigen Wandel entsteht immer neues Wissen. Das erfordert auch eine hohe Lernbereitschaft, denn durch die ständige Weiterentwicklung der Technologien lernt man nie aus. Ein duales Studium bei Voigt bietet so viele Möglichkeiten, sich selbst weiterzuentwickeln. Durch die Größe und Vielseitigkeit von Voigt kann man schon während des Studiums Einblicke in den verschiedensten Bereichen sammeln. Durch eine Praxisphase an einem der Voigt-Standorte weltweit bekommen beispielsweise auch wir die Chance zu sehen, wie es auf internationaler Ebene innerhalb eines Unternehmens abläuft. Bei Voigt wird einem viel Vertrauen entgegengebracht. Man kann selbstständig Projekte übernehmen. Das Wissen, das man hierdurch erlangt, bleibt so auch viel prägender im Kopf. Trotz der selbstständigen Arbeitsweise wird man von seinem Team jederzeit unterstützt und die Kollegen stehen einem jederzeit für Fragen zur Seite. Man fühlt sich hier als Teil des großen Ganzen dadurch, dass man an globalen Projekten mitarbeiten kann und darf. Das ist natürlich total spannend, wenn man weiß, okay, die Software, an der ich mitgearbeitet habe, wird jetzt weltweit eingesetzt. Das ist schon ein tolles Gefühl. Ich würde schon gerne bei Voigt bleiben, sofern ich in meinen Praxisphasen eine tolle Abteilung finde, in der ich mich langfristig sehe. Meine aktuelle Abteilung könnte ich mir bereits sehr gut vorstellen, aber ich kann mir noch weitere Abteilungen anschauen. Wenn ich Voigt in drei Worten beschreiben müsste, wären diese Worte innovativ, vielseitig und vor allem multikulturell. Mein Team ist sehr multikulturell aufgestellt, wodurch sehr viele verschiedene Hintergründe und Ansichten aufeinandertreffen. Das macht die Arbeit hier total abwechslungsreich und auch erfolgreich, denn durch den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen können wir wirklich tolle Ergebnisse erzielen.